so und damit fängt doch ich weiß gar nicht mal so jetzt komplett gehört hat damit fängt jetzt auch schon direkt die nächste folge an nein er hat uns gefunden egal nicht so schlimm so viel haben wir sowieso nicht geschafft obwohl doch wir waren schon durchs halbe level durch krasser shit und dann haben wir erstmal verkeckt warte mal was nicht im ernst muss ich jetzt im ernst ich muss jetzt alter spiel ich hasse dich klatsch du hast mich nicht gesehen kann man schon habe ich kein bock mehr egal wie ihr müsst euch das einfach mal vorstellen ich spiele jetzt schon zum sechsten mal oder so hintereinander oh gott 80 70 können wir glaube ich schon ich bin nicht häuser das hört sich nur so an als wir euch ist ich habe ihn schon wieder nicht beachtet das ist einfach nicht merkt dass da so drei leuchtende augen im dunkeln sind aber gut das ist ja auch ziemlich unauffällig ne unauffällig ne unauffällig ne das ist unauffällig klar und jetzt raus ja yes der sagt immer so ein abgeschnittenes yes das wird man aber in der aufnahme dann nicht so und da sind wir dann wieder im aktuellen level warte hier liegt am stück irgendwo so eine note ja hier runter und das kaputt machen das war glaube ich richtig richtig echt dann hier rüber und hier runter hier einmal gucken da liegt auch nichts nee ich gebe ja kein Geld aus weil das nämlich nur diese paar Folgen hier jetzt werden die ich davon aufnehme bis auf das Spiel gefällt euch weil mir macht es eigentlich ziemlich viel Spaß und deshalb nehme ich auch so viel jetzt davon auf aber wenn es euch gefallen würde würde ich halt noch mehr aufnehmen nur für euch natürlich doch Hallo du big babo big babo klar klar zig warum bist du so dumm ich stehe direkt hinter dir So, dann hier runter. Dann wieder hoch. Und direkt hoch. Aus. Yes. Are you having fun with Bob? Ja. Ich will es aber trotzdem nicht bewerten. Weil ich nämlich gerade da nicht in irgendeinem Fehlern drin bin. Und ich nicht so besonders, dass ich viele mobile Daten habe. Ja. Cool. Jetzt klatsche ich dich um, Junge. Hier liegt der Zettel. Klick. Klick. Volle Konzentration auf das Spiel. Ich würde dir sonst was anderes erzählen. Aber. Ich konzentriere mich. Merkt man bestimmt. Sehr. Sehr. Was soll ich denn? An meinem Zielort. Oh. Hallo Kamera. Okay. Klatsch. Ach so. Jetzt habe ich eine. Eine neue Ausrüstung. Und das kann ich damit machen. 0,680. Was. Hä. Hä. Toller Back. Oh ja, der merkt es einfach nicht. Junge, wo kommt der Kasten her? Und wo ist mein Kollege hin? Keine Ahnung. Es ist mir scheißegal. Es ist mir so scheißegal. Hey. Und jetzt? Jetzt? Yes! Nein! Ich werde dich auch irgendwann mal verpacken. Du Typ. Alter. Einfach vorbeigehen. Oh Gott. Mann im Anzug. Nichts. Durkut. 50-40. Kötze oder Eule. Okay. Und jetzt gehen wir da hin. Denn hin. Denn hin. Und jetzt warten wir ein bisschen weiter geht. 40-50 oder 50-40? Ich hoffe, du treibst. Okay. Das war 50-40. So. Schnapp. Ich bin aber so schlau und habe mir gemerkt, nicht, wo dieses Lasergitter war. Warte, ich will den einpacken. Karton. Geht nicht. Okay. Das mit dem Gelte für das Spielausgeben ist eigentlich total unnötig, weil man kommt so auch weit genug und die Werbung kommt bei mir sowieso nicht, weil ich nicht im Internet weg drin bin. Kamera, du hast mich nicht gesehen. Eddie, lauf mal hier rüber. Ja. Vorhin machst du das. Oh, ich muss die Folge beenden. Fällt mir gerade auf. Ähm, warte. Dann beenden wir die Folge am besten mit einem wunderschönen Yes. So. Ciao.